Sehr bald wirst du wieder erwachen. Zarya ist zurück. Schwert! Wenn sie nicht bald gefunden wird, werde ich den Köpfen erfolgen. Zarya wird immer weiter kämpfen. Weiter und immer weiter. Bis zum Bitteren. Sie wurde nur deshalb geboren. In der TV-Premiere von Aber sobald du die Wahrheit über dich kennst, gibt es kein Zuge. Black Plus Mit Doppelfolgen jeden Montag ab 20.15 Uhr auf Animax.